Musik Musik Wir nutzen noch mal die Kühlung und einmal die Werkzeuge. Ihr könnt es einmal hier sehen, im Zyklon, wo das Wasser in der Luft dabei liefert wird. So, hier haben wir die Schleifscheibe weltweit. Hier gibt es die Vorbereitung, die Geschwindigkeit zu bekommen. Hier möchte ich noch einmal den Dürer-Spring noch mal zeigen, wie wir aufgebaut haben. Da ist nur 6 Millimeter und hier sieht man, dass das Wasser sehr gezielt ist. Vielleicht so, wie es bestimmt auch aussieht. Nur der Fahne des Staunens. Man sieht, dass Sie sehr schön den Übergang sehen. Wir demonstrieren, dann die Maschine posten. Hier gibt es ein Dürer-Spring. Hier gibt es das Glas. , das ist falschen. Hier gibt es einen Dürer-Spring. Also muss man die Maschine gestern. Hier gibt es einen Dürer-Spring. Hier gibt es einen Dürer-Spring. Hier gibt es einen Dürer-Spring. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020